Das ist geil gemacht. Okay. Du kannst doch skippen. Das ist mir nicht schlecht. Scheiße, 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 scheiße. Geil gemacht. Warte, ich würde auch nochmal kurz reingehen. Boah, Bruder, scheiße. Nee, die Welt. Alter, wenn die ganze Map so ist, Alter. Was haben wir jetzt hier rausgesucht? Die Welt können wir nicht spielen. Ich scheiß mich hier ein. Oh Gott, ich scheiß mich hier ein. Hallo Leute und willkommen zu einer epischen Horror-Map. Ich meine, die Map selbst sagt schon high, also was Besseres gibt es doch nicht. Also nee, das ist hier wirklich mit... Bruder, gibt es hier einen Testraum, habe ich wahrscheinlich am Anfang ein bisschen reingeschnitten. Das ist hier, was Cutszenen-mäßig Monster-Texturen angeht, hohes Level. Also hier kann man was erwarten. Mit dabei natürlich der Flo und der Dodo, den man nicht mal schlagen kann. Wie schade. Und wir spielen die Map namens Arsene. Einfach der Start fängt einfach damit an, dass wir hier einfach in so eine Tür reingehen. Was ist das bitte? Das ist nur der Startraum. Das kann man gar nicht so schnell lesen, Alter. Wir haben jetzt gobert. Ich glaube, wir sterben, wenn wir uns nicht beinen. Ja, dann let's go. Ja, du sollst warten. Okay, hier auf jeden Fall. Jetzt geht's runter. Warum geht's jetzt runter, hä? Keine Ahnung, vom Tutorial habe ich das jetzt irgendwie so verstanden, dass wir... Keine Ahnung. Hier ist was. Ich töte es. Ich habe es getötet. Ich habe Light Distance bekommen. Hä? Wir können auch Holz und alles abbauen hier. Ah. Die Sticks. Hä, hier ist ein Monster. Hilfe. Äh, das ist ein kleiner Fratz. Ja, ich töte dich. Äh, mein Spritzschirm ist komplett rot. Ja. Ich bin tot. What the fuck? Ich habe nur noch geklatscht. Was? Sorry. Game over. Ja, dafür bist du jetzt auch tot. Ja. Hä, da waren wir nicht im Licht. Wir müssen ja irgendwie gucken, dass wir ins Licht kommen. Da gibt es irgendwo Licht. Keine Ahnung. Hier, hier, wir, äh, links hier am Rand. Läuft euer Timer gerade ab? Nee. Nee, jetzt nicht. Es läuft nur eine Zeit. Das heißt, achso, wir müssen unser Licht aufladen, oder was? Ah, okay. Ich habe hier was, ähm... Wenn du hier hinten bist, dann geht's weg. Ja, okay. Wir müssen uns hier equipen und sowas. Und der Kompass zeigt immer zu unserer Base, sozusagen. Dann müssen wir uns halt jetzt hier equipen und die Monster aufwählen. Der ist nicht erledigt, oder? Ach, wir müssen, wir müssen die Candle hier hinten, glaube ich, anmachen. Ja. Oder? Ja, aber wie machst du die an? Das ist die Frage. Mit meiner Zeug. Ich habe den Typen erledigt. Das haben wir aber keins, oder? Jetzt habe ich Fleisch und jetzt muss ich mich wieder... Ja, genau. Jetzt geht's auch wieder zurück. Ja, ich muss mich jetzt auch ganz kurz... Ah, ja. Ich kann jetzt Zeug... Junge, ist hier richtig... Äh, hier Craft-Rezept und sowas. Wie geil. Ah, ja, aus Holzgrümmelrüstung zum Beispiel machen. Äh, right-click-Candle. Äh, ich habe hier hinten was angemacht. Wie? Ähm, du hast diese Light-Essence. Ja. Du hast doch dieses, äh, Powder von denen. Damit kannst du die Dinger, äh, rechts-click-Klicken. Wenn ich jetzt hier aufbäh... Äh, die jetzt nicht mehr, aber hier hinten ist noch eine. Ja, ne, ich meine... Aber in Incentive wird hier nicht abgebaut. Nein, die musst du vorne abbauen. Ah, okay, jetzt ist es zu sagen nur ein Checkpoint. Sie wird angehalten. Sie wird angehalten, okay. Ja, sie wird angehalten. Okay, verstehe, verstehe, verstehe. Okay, ich habe hier eine Zappen gemacht. Ah, Fackel, hier ist sowas. Hast du eine Fackel gemacht, Dodo? Ne, noch nicht. Ah, das ist ein Gerecht-Click, okay. Wie hast du das so eingepründet? Ah, ne Fackel. Können wir jetzt? Das bringt aber nix. Ich, ich gehe trotzdem mal in Incentive hoch. Das ist einfach nur zum Ausleuchten. Okay, wir können aus der leichten Sense, aus dem die Kerzen, was sozusagen Checkpoints sind, machen und fackeln, dass wir einfach mehr sehen. Ja, ich tu, ja. Nein, Dodo. Ich habe ein paar Sachen aufgesammelt. Oh Gott! Ich habe, okay, ich habe einen Jumpsticker bekommen. Also, ich weiß nicht warum, aber ich habe einen Jumpsticker bekommen. Ich kann mir auf jeden Fall jetzt mal eine Leder-Chess-Blade machen. Da habe ich zumindest jetzt ein bisschen Schutz. Aber die Kerzen ist anscheinend stärker als die anderen, weil hier geht auch meine Incentive runter. Weil ich kann jetzt auch mal hier eine Dings. Ja, aber das System verstanden ist, ist geil. Das ist ja, gefällt mir. Und mit den Jumpstickers zwischendrin, ist auch irgendwie immer nice. Na ja, weil es halt einfach so komplett dämlich ist, du hast halt gar keine Vorahnung. Ja, ich habe jetzt noch mal eine Kerze angemacht, aber wenn ich jetzt auch jetzt zurück. Weil hier ist ein Typ, okay. Geht es nicht mehr? Wir können Holzsachen upgraden, aber wie? Und wo? Ja, das frage ich mich auch gerade. Ironstein, aber sowas habe ich nicht. Ah ja. Du machst schon. Die Eisen können wir wahrscheinlich nicht upgraden. Nein, das muss auch upgraden. Das ist dieser Ton, den brauchen wir für, oder? Ist auch das hohe für das Totem für Dose. Muss zurück, ich muss zurück, ich muss zurück. Ja, sorry, schon jetzt mal da. Noch ein bisschen dann gründlich. Ach, du zurück, ich geh zu hoch, aber ich weiß nicht, ob ich da hoch möchte. Oh Gott, scheiße. 80 Prozent. Ich werde sterben. Na, komm, 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 komm. Mach's das. Oh Mann. Da waren auf einmal zwei und dann habe ich nicht mehr auf meinen. Ich glaube, wenn die Dinger in deiner Nähe sind, steigt das auch schneller. Weil es ist auf einmal von 70 auf 90 hochgegangen. Da ist auch eine Mine. Aha, okay. Ja, dann wissen wir Bescheid. Los. Ich glaube, da vor, Alter. Das Problem ist... Aber wenn die Viecher da sind und da sind es übel. Dann steigt es viel schneller. Das ist mir schon aufgefallen. Die ganze Zeit holen mit Entler quasi. Ach so, die Klumpen kann ich benutzen. Dann kann ich auch direkt Eisen-Chesspill. Aber das heißt, erstmal upgraden. Gut. Ich mache mal ein Steinschwert. Na, bitte da meins. Da, jetzt habe ich hier die Kerze bei der Mine an. Jetzt können wir an der Mine mal ein bisschen arbeiten. Genau. Also ich habe auch noch Candle. Äh, so ein Candle-Dings. Leid des Sands. Ich habe auch noch eins. Ja, Kettenhemd. Nice. Ich mache mir ein Eisenschwert. Da ist eine Spitzacke mal. Falls wir dann Dias haben, weil die ist wichtig, dass ich die dann direkt abröre. Gut, dann sollen wir mal die nächste Etage zu dritt mal angehen. Gib die nächste Etage. Ich würde noch ein bisschen upgraden gerade noch. Aber das Eisenschwert so gut wie gar nicht. Wo, da hier muss schon irgendwie ein Checkpoint ankommen. Hä, sie bist du? Hier kommen wir ja niemals. Kannst du anzünden? Ja, hab gemacht. Wo? Hier hinten im Eck. Hä? Ist hier keine? Ah doch, doch. Ja, okay. Dann haben wir hier eine Art. Komm her, Dodo. In die Ecke. Siehst du? Da abbauen muss. Das ist halt übelst schwach. Ganz langsam, aber es geht. Ich habe da hinten, in die Richtung ist eine Mine wieder. Hab ich gesehen. Na, ich habe halt auch noch. Hier ist noch ein Dreierkerzen. Das baut auch ab. Sehr gut. Gott. Boah, hier ist Gold. Meine Kerze ist nicht, äh, meine Kerze. Meine Akte-Picke ist nicht gut genug, um das abzubauen. Oh mein Gott. Neues Fiech. Weiß, ich fiecher zwei Stück Ecke-Plasma. Warte, ich kann hier nochmal anzünden. Hier baut mir ab. Ich schmissen in der Wanddorf. Brauche ich mal eine Kerze. Hier, hier. Ja, ja. Öh, was ist das für ein Riesen-Fiech? Ja, das habe ich euch gesehen. Das macht super Damage. Das ist der Boss, oder? Oder einer der ersten Bossen. Aller, hier übelst du in Zelt hier hoch. Scheiße. Soll ich vielleicht nochmal runtergehen? Neu. Wie viel Gold habt ihr? Ja. Ja, nix. Ich habe zwei. Ja, dann lass es noch ein bisschen abbauen. Ja, lass es erst mal runtergehen. Wenn man eine Kerze, die man anzünden kann. Hier sind welche. Ich habe irgendwas. Wollt ihr das wieder? Ectoplasma. Das habe ich auch schon bekommen. Also regenerieren tust du nur mit Insanity runter. Ich bin das in Zeltchen 0. Da müsstest du runter vielleicht. Okay, dann gehe ich runter. Überdenkt. Scheiße. Andere Zahn. Das Diaschwert könnten wir machen. Das Diaschwert? Ja, das Diaschwert. Nein, aus zwei Gold ist. Man sieht es doch schon, Golding. Also das heißt Diamant Schwert. Achso, ja, es wird umtext. Achso, ja. Aber Goldschwert, ja. Diese kleine Kerze ist viel stärker als die drei da hinten. Oder warum brennt es hier einfach? Ich weiß es doch nicht. Ey, aber das bringt es, gell? Ich habe gerade was im Chat. Warte. Kauft ein Evil Spirit. Holy Spirit and Goldschwerts will it and place them on the slabs and defeat the Chaosmonster. Also an den Altars. Okay, aber wir brauchen hier Tias dafür. Den kann man auch nicht anhitten. Vielleicht geht es irgendwie noch höher. Junge, oh Gott. Ich war gerade auf 99. Ich war auf 99%. Ich kann mal hier einen Trank brauen. Keine Ahnung, was der macht. Die Goldschwerts hat Sanity und Candle Range. Erhöht die Candle Range. Ja, dann kannst du, glaube ich, gleich zu Gold upgraden. Okay, das ist so dumm. Das ist so dumm. Die Gold kostet viel zu viel. Das ist so dumm. Da hat ich Gold. Nein. Was hast du gemacht? Bei der einen Goldmine oben. Goldi, du kriegst hier aber keinen Schaden mehr draus, wenn du die Goldschwerts hast. Außer wenn Typen in der Nähe sind. Du kriegst fast keinen Damage mehr. Also du kriegst keine Sanity mehr. Ganz wenig nur noch. Ich hab keine Goldrüstung. Weißt du, wie man dieses Spirit-Dings kriegt? Nö, nö. Also warte, äh, Nektoplasma, das hab ich. Nein, Spirit. Naja. Also Spirit Orb, ah, äh, als ich das deutsche Spiel hat, war das bei Medias, deshalb. Ah, wir müssen, äh, feed blood to the cast monster to obtain one für Spirit Orb, oder? Ja, du bist jetzt frisst, Alter. Ja, du frisst das, da liegt was. Also was müssen wir machen? Das große Monster mit Blutfüttern. Hm. Ist eigentlich eine schlechte Idee, oder? Das, was oben ist, oder was? Ja, das. Ah, das bringt's. Warte. Okay, ich hab zwei. Ich würd's vielleicht jetzt gleich runterkommen. Dann hab ich das. Ah, okay. Äh, wir können eine Vision Potion machen. Dann haben wir für, äh, eine Minute, glaub ich, Sicht. Komplett. Äh, ich glaub, ich kann jetzt gleich re-weifen, Flo. Nice. Da, re-weif-totem. Wie säg ich das jetzt für dich ein? Reiß, rechts weg vielleicht. Aber steht da irgendwas oben? Äh. Ja. Weil du scheiß das von Null, oder? Ja. Ja. Hier, hier. Hier. Ich könnte eins... Doch, zwei hab ich, genau. Ich würd's nehmen. Danke. Sag mal, schauen. So, warte mal, wie macht man jetzt diese... Ah, das ist echt krass von der NZ-T jetzt. Hat noch jemand Gold oder Flash oder sowas, dann soll ich jetzt mal mit den Dings anfangen. Genau, das wollte ich jetzt auch machen. Und Eisen. Wir können auch noch Spilt gebrauchen. Äh, Silks. Also... Neutral? Neutral ist eigentlich easy. Ich wohn mal Eisen, dann kann ich neutral machen. Ey, die Dings geht hier trotzdem so brutal schnell hoch, Alter. Da, Evil Spirit hab ich. Was ist das? Okay, uns Hauptcrest will machen müssen. Holy... Habt ihr noch in der Leitensend? Neutral Spirit? Was? Das und das. Jo. Wir sollten das Ding da oben killen können. Halte, halte, warte, warte. Falls jemand stirbt und wir ihn wiederbeleben, können wir hier und hinten so eine Notfalljust machen, wo dann so Basic-Items drin sind, die wir gerade nicht mehr brauchen. Ich lenke den hier ab. Ah, okay. Oh Gott. Ja. Ja. Und zack. Jetzt können wir dich töten, oder wird's? Ich hab Angst. Nein, 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 ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich geh wieder raus, geh, raus, geh, raus, geh, raus. Ihr habt doch diese Dinger gemacht, diese, ähm, diese komischen Kerzen, da hast du doch welche, die hast du gesetzt, ja? Ja, die hab ich jetzt drin gesetzt, oh Gott. Hab ihm einen Hit gegeben? Ja, wir können den einpfeifen. Der macht viel Damage, der macht viel Damage, der macht viel Damage, der macht recht viel Damage. Ah, er haut ab. Der ist ja bei uns draußen. Ich bin so low von der Internen, sieh auch. Ich kann keinen Schaden machen, ich kann nicht anhitten. Aber wo muss man einen treffen? Der hat, der hat richtig, äh, weiß ich nicht. Oh, ich werd schlappen. Jetzt hält sie. Zu krass. Hat sie nicht irgendwo selten? Nein, er ist ja direkt hinter mir. Er ist tot. Hä? Er hatte noch einen Hit. Also ich hab grad gekillt. Und wir können rausgehen. Der ohne Aufnahme. So, das ist okay. Äh, Leute, lass mich nicht zurück. Du schaffst das. Jawoll. Game gewonnen, nach 43 Minuten. Ja okay, wir haben hart geframt am Ende noch, aber... Du bist ja zweimal gestorben. Ihr müsst ja nicht verwiven noch. Ich muss sagen, was ganz anderes, als erwartet. Das war jetzt so eine Art Dungeon-Boss-Ding. Ab und zu halt kam halt so ein Jumpscare. Hey, das war übelgeil gemacht. Das hat gebockt. Du musst zwar erstmal verstehen, was du machst, aber danach war es geil. Ja.